Grundschule früher. Die Kleinen wollen sich schon total jetzt gleich losgehen. Was macht euch denn glücklich? Mich macht es glücklich, wenn ich einen Hamster kriege. So leicht kann man Kinder glücklich machen. Die Glückslehrerin ist gerade die Strasserie. Hier hören wir doch mal rein, was so ein Glücksunterricht gemacht wird. Wir schauen Gesichter an. So, schaut mal, hier kommt das nächste Gesicht. So, schaut mal. Bis zum nächsten Mal.